Geh nicht, Emre. Ich muss aber gehen, Mia. Es gibt Alarm an Gate 17. Komm schnell. Bitte verlass mich nicht, Emre. Ich habe keine andere Wahl mehr. Lass uns gehen, Emre. Wir sehen Papa endlich wieder. Das Flugzeug startet gleich. Willst du mich verlassen, ja? Emre verlässt mich und nicht dich. Wir müssen jetzt einsteigen, Emre. Ja, Mama. Nein, bitte bleib, Emre. Ich flehe dich an. Es tut mir leid, Mia. Ich werde zurück in die Türkei fliegen. Ich liebe dich doch, Emre. Warum fliegen wir nicht los? Ich verstehe es auch nicht. Ich liebe Emre auch, ja? Könntest du mal aufhören damit? Emre ist mein Freund. Bitte verlass mich nicht. Sie müssen jetzt wirklich einsteigen. Alle im Flugzeug warten auf Sie. Wir kommen sofort. Komm jetzt, Emre. Mach es gut, Mia. Ich werde dich niemals vergessen. Oh Gott, mein Herz. Ich halte es gerade nicht mehr aus. Ist alles okay, Mia? Nein, mir geht es gerade gar nicht gut. Was hast du, Mädchen? Was hast du, ja? Meine Brust tut so weh. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Können wir jetzt einsteigen? Das Flugzeug fliegt sonst gleich weg. Ja, gehen Sie rein. Komm, Emre. Wir gehen. Wir können Mia doch nicht alleine lassen. Zeynep ist doch da. Pass du auf Mia auf, Zeynep. Was bist du denn für ein Freund, ja? Mia liegt auf dem Boden und du willst gehen? Mein Herz ist gebrochen. Es tut mir leid, Mia. Wir haben echt keine Zeit mehr. Wo bleiben denn diese Passagiere? Ich liebe dich und du bist meine Traumfrau. Warum verlässt du mich dann? Es muss leider sein. Lass uns ins Flugzeug steigen, Mama. Okay, mein Schatz. Rufen Sie bitte einen Krankenwagen für das Mädchen. Mache ich. Bitte steigen Sie jetzt ein. Der Pilot ist bestimmt verärgert. Ja, wir beeilen uns. Komm, Emre. Du bist die Liebe meines Lebens Mia. Leb wohl, mein Engel. Mein Herz tut so weh. Lass uns gehen, Mama. Das ist doch nicht normal, ja? Brauchst du jetzt einen Krankenwagen, Mädchen? Das Leben macht keinen Sinn mehr. Warum klatscht ihr? Ich sehe bestimmt richtig gut aus. Wir können jetzt endlich losfliegen. Ich musste noch meine Freundin verlassen. Ich vermisse sie so sehr. In Istanbul gibt es auch schöne Frauen, Bruder. Ja, Bruder. Du hast schon eine schöne Frau. Hast du verstanden? Äh, ja, Baby. Da kommt die Security. Hände hoch. Was wollt ihr denn, ja? Das wollten wir euch fragen. Was wollt ihr im Flughafen machen? Wollt ihr ein Flugzeug entführen? Was geht dich das an, ja? Wir sind die Security im Flughafen. Wir wissen nicht, wer ihr seid. Ich bin Queen Zane. Und ich bin Mia. Habt ihr Waffen dabei? Nee. Ja, meine Fürze. Ihr kommt jetzt mit uns. Soll ich wieder aussteigen, Mama? Warum das denn? Ich werde Mia nie wiedersehen. Wie soll ich das schaffen? Du kannst sie doch in zehn Jahren besuchen. Aber dann bin ich doch schon 27. Ja, dann hast du bestimmt eine wunderschöne türkische Frau. Habe ich dann auch Kinder? Ja, ich will mindestens fünf Enkelkinder. Übertreib nicht, Mama. Haha, vier Kinder reichen auch. Ey, na gut. Warum startet das Flugzeug nicht endlich? Nein, wir müssen in das Flugzeug steigen, ja? Ihr kommt mit uns. Sollen wir das echt machen? Ja, wir können immer nicht gehen lassen, ja? Ihr werdet nicht in das Flugzeug einsteigen. Weißt du überhaupt, wer ich bin, ja? Nein, das interessiert uns auch nicht. Ich bin Queen Zeynep und jeder Mann aus Frankfurt will mich. Du könntest Ronaldo sein. Ich muss dich trotzdem verhaften. Versuch es doch, ja? Ich hole meine Cousins. Moment mal. Warst du mal mit einem Kevin zusammen? Ja, kennst du ihn? Ja, er ist mein kleiner Bruder. Kennst du diese Queen Zeynep? Mein Bruder war mal mit ihr zusammen. Wie geht es, Kevin, ja? Ganz gut. Wie lange wart ihr zusammen? 17 Stunden, ja? Ist diese Zeynep gefährlich? Nein, nimm die Waffe runter. Hm, okay. Gut, dass du mit diesem Kevin zusammen warst. Ich war schon mit fast jedem aus Frankfurt zusammen, ja? Ihr müsst jetzt trotzdem den Flughafen verlassen. Nein, wir müssen in dieses Flugzeug steigen. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Wir können doch einfach in das Flugzeug einsteigen. Ist in dem Flugzeug noch Platz? Warum startet das Flugzeug nicht endlich? Ja, eigentlich schon. Juhu, dann können wir einsteigen. Habt ihr denn Tickets? Äh, nein. Dann müsst ihr euch Tickets holen. Okay, wir beeilen uns. Komm, Zeynep. Ich freue mich so sehr auf die Türkei. Und endlich sehen wir Papa wieder. Ich habe Papa fünf Jahre nicht gesehen. Ja, er freut sich sehr, dich zu sehen. Ich glaube, ich will Papa nicht sehen. Wieso denn nicht? Alles ist vorbereitet. Lass uns fliegen. Ich fliege heute zum ersten Mal. Hoffentlich stürzen wir nicht ab. Oh Gott. Was kann ich für euch tun? Wir brauchen zwei Tickets nach Istanbul. Der nächste Flieger ist morgen um 6 Uhr. Aber da ist doch ein Flugzeug, das gleich nach Istanbul fliegt. Ja, aber das Flugzeug startet jetzt. Das geht nicht mehr. Bitte, Herr Ticketverkäufer. Ich muss in dieses Flugzeug steigen. Es geht um Leben und Tod, ja? Echt? Nein, aber mein Freund ist in diesem Flugzeug. Bitte gib uns zwei Tickets. Tut mir leid. Das geht nicht mehr. Was machen wir denn jetzt, Zeynep? Moment mal. Bist du Queen Zeynep? Starte die Turbinen. Wie geht das? Ist das dein Ernst? Ja, ich bin Queen Zeynep. Warst du nicht mit meinem Sohn zusammen? Ja, bestimmt. Wie heißt dein Sohn denn? Sinan. Ja, mit Sinan war ich drei Stunden zusammen. Du warst ja echt mit ganz Frankfurt zusammen. Ja, jeder Mann will mich, ja? Ja. Ich sorge dafür, dass ihr in dieses Flugzeug kommt. Oh mein Gott. Echt? Ja, aber ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert. Wie viel müssen wir bezahlen, ja? Nichts kommt mit. Du bist ja echt die Queen von Frankfurt. Die Leute lieben mich, ja? Komm, wir müssen zu Emre. Ja, und dann wird er mein Freund. Das werden wir sehen. Jetzt komm. Wir müssen jetzt auf das Rollfeld fahren. Was ist ein Rollfeld? Wie hast du es geschafft, Pilot zu werden? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das geht gut. Schnell, beeilt euch. Schaffen wir es rechtzeitig? Ich weiß es nicht. Folgt mir. Wir heben gleich ab. Wie hebt ein Flugzeug eigentlich ab? Was hast du in deiner Ausbildung eigentlich gelernt? Nichts. Dann zeige ich dir jetzt, wie man ein Flugzeug fliegt. Okay, Papa. Woher kommst du eigentlich? Aus Frankfurt. Und du? Endlich geht es los. Wie lange dauert der Flug in die Türkei? Drei Stunden. Werden wir wieder nach Deutschland zurückkommen? Erstmal nicht mehr, Schatz. Das Flugzeug ist schon auf dem Rollfeld. Was ist ein Rollfeld, ja? Oh nein. Ich werde Emre für immer verlieren. Schnell. Steigt ins Auto. Ich bringe euch zum Flugzeug. Ich bin aus Duisberg. So, wir bringen das Flugzeug mal in die Luft. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte? Was ist eigentlich ein Flugzeug? Haltet euch gut fest. Ich muss pupsen. Tu es nicht. Die Fenster lassen sich nicht öffnen. Jetzt haltet euch fest. Wir heben jetzt ab. Kann ein Flugzeug auch schwimmen? Nein. Das ist schade. Ist das normal, dass da ein Auto ist? Nein, das ist nicht normal. Stopp. Ich lasse euch nicht durch. Wer ist das denn? Sagt Emre, dass er rauskommen soll. Ich liebe ihn. Warum hat das Flugzeug gestoppt? Komm raus, Emre. Ich kann nicht ohne dich leben. Gebt einen Daumen hoch für den nächsten Part. Und klickt dann auf diese Folge. Okay. Okay. Vielen Dank.